Bestimmen Sie die Vertreterregeln innerhalb Ihres Business Workspace. Klicken Sie auf den Reiter Einstellungen. Wählen Sie in der Kategorie Workflow Einstellungen die Option Vertreter pflegen. In der Spalte Bezeichnung markieren Sie Ihren Namen und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Vertreter anlegen. Finden Sie die gewünschte Person über den Reiter Suchbegriff oder den Reiter Benutzer nach Adressdaten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche starten. Markieren Sie den zutreffenden Namen und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Tragen Sie die Zeitperiode ein oder wählen Sie das Datum über das Kalender-Icon. Wählen Sie ein Vertreterprofil aus der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Speichern. Im Fenster Persönliche Vertreter erscheint Ihre angelegte Vertretung. Innerhalb Ihres Business Workspace klicken Sie auf den Reiter Einstellungen. Wählen Sie in der Kategorie Workflow Einstellungen die Option Vertreter aktivieren, deaktivieren. In der Spalte Bezeichnung markieren Sie Ihre Vertreterperson und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Aktivieren. In der Spalte Status der Vertretung erscheint die Vertretung als aktiviert. Innerhalb Ihres Business Workspace klicken Sie auf den Reiter Einstellungen. Wählen Sie in der Kategorie Workflow Einstellungen die Option Vertretung übernehmen. In der Spalte Vertreter markieren Sie eine Person, für die Sie eine Vertretung übernehmen. In Ihrem Business Workspace sehen Sie nur noch die Workflows Ihrer Kollegen, für die Sie eine Vertretung übernommen haben. Haben Sie eine Urlaubsvertretung übernommen, sollten Sie die Spalte Vertretung für innerhalb der Workflow-Ansicht einblenden. Innerhalb Ihres Business Workspace wählen Sie die Workflow-Ansicht. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil im Icon Layout auswählen und wählen Sie die Option Layout ändern. Aus dem Spaltenvorrat markieren Sie die Spalte Vertretung für und klicken Sie auf die Schaltfläche Selektierte Felder übernehmen. Um abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Innerhalb der Workflow-Ansicht sehen Sie nun die Spalte Vertretung für.